Sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orksmaster 2 together mit dem Niteria. Wir haben gerade große Täler abgeschlossen, wir haben die Barrikade freigeschaltet, die ich gleich erstmal aufgerüstet habe und ich würde sagen wir fahren fort. Bevor irgendwas anderes kommt mit der versteckten Schlucht. Und wie lange Kommos ergeben sich nicht nur eine höhere Punktzahl, sondern bringen auch mehr Münzen ein. Ter kann einer deiner allerbesten Freunde sein. So, was haben wir denn hier? So, ich glaube man konnte es nicht machen, dass man meinetwegen ein Portal zumacht, dann brechen sie durch die Barrikaden durch. Ich würde mal sagen, was kann weg? Die Ter-Falle kann weg, stattdessen kommen die Barrikaden mit dazu. So, was ich allerdings machen kann, ist hier hinten direkt dicht machen, dass die praktisch gar keine andere Wahl haben, als hier den rechten Weg zu nehmen. Ach, hier sind ja Teleporter. Ich mache hier mal einfach, okay, mehr kann ich nicht, das war es dann auch schon. Dann setze ich, ja dann setze ich hier am besten die Barrikaden hin, dass sie hier nicht mehr durchkommen und praktisch da lang müssen, wo du gerade Fallen hast. Dann kannst du da Fallen platzieren schon mal. Kannst du das Portal sonst zumachen? Wie? Da können sie ihn nicht durch. Ach, das können nur wir? Ja. Okay, nicht, dass sie jetzt, naja, vielleicht da reingehen und dann hinten sind. Ne, konnten sie zumindest im ersten Teil nicht. Und ich glaube im zweiten auch nicht. Was glaube ich nicht gegen ist allerdings, dass ich hier praktisch zumache, wo ich gerade bin. Ne? Und dass sie dann nur noch ein Portal nutzen können, dann zerstören sie die. Da kann man dann ja so eine Schlange bauen, dass sie dann eben länger laufen müssen und da hängst du dann was auf mich. Ja, Barrikaden sind sau teuer. Achso, ja. Die kosten 700 und ich habe die schon verbessert. Ich habe jetzt rechts zwei Säuber, links ein. Ja. Und wir haben Bogenschütze, geile Sache. Ja. Baaam, voll in die Fresse geprallert. Zack. Effer, Serie. Jo, ne? Irgendwie haben wir nicht da drauf gemacht, ob wir das sind. Fallen. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, ob hier wieder Dings kommen. Pioniere. Kann man das nicht im Spiel sehen? Wie bitte? Kann man das nicht im Spiel sehen? Ne, ich weiß nicht wie. So. Gerade weg? Okay. 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 Baaam. Zack. Sehr schön. Und die letzte Barrikade. Damit ist die Seite erstmal dicht. Und ja, ich habe keine Kohle für irgendwas anderes. Ich glaube hier erstmal drei Säure rechts zu zwei. Also. Ach, die Flugflugfliecher kommen. Oben. Alter, ich brauche irgendwie die Artenbrust, ne? Scheiße, die Viecher verlangsamen einen. Alter Schwede. Ich kümmere mich mal um die Oben, so gut es geht. Okay, 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 okay. Kriegen wir hier nach wahrscheinlich auch schon die Bogenschützen. Würde ich mir jetzt mal denken. Alles klar, in der Mitte muss ich also gleich auch noch zumachen. Doch, voll lustig. Das Schöne ist, dass sie dadurch, ähm, praktisch über die Schienen rüberlaufen und mit Glück und mit Glück. Das ist ja auch schon. 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 Ich bin umwerfend. Das ist ja auch schon. Scheiße, sie haben die Barrikade sich hier ein bisschen angegriffen. Das gefällt mir natürlich nicht. Zeit, was totzuschlagen. So, ich baue auf 70. Dann. Das ging voll daneben. Nein. Ein bisschen zu früh. Oh, Achtung. Runner. Ein, zwei, fünf. Sehr schön. Wir sind schon wieder verzählt. Und Flugfliecher, klasse. Ich kümmere mich um die am Boden eben so lange. Oh, schädel. Ah, guter Treffer. Jawoll, schädel. Sehr schön. Oh, verdammt. Da sind Flugfliecher wieder, glaub' ich, ne? Ja. Und sie haben Bogenschützen erledigt. Mal los, kommt mal durch. so wir haben augenblick pause so die kann es ja noch mal da lassen für den fall dass docken runner durchkommen sollte das schöne ist dass die barrikaden wenn oder allgemein auch bogenschützen und so was stehen wieder auf wenn halt so horde entfesseln in so einer unterbrechung ist dann sind die fallen repariert und schickt mir mehr und los geht's erstmal auf den bogenschütten gehen also irgendwie gefällt mir die schrumpflinte zwar ganz gut kommen schaden her und der funktion ist natürlich auch funny aber ach so übrigens machen flächenschaden wenn sie auf den boden hauen das heißt wenn du dich auf die barrikaden stellst und so treffen sie dich auch und die barrikaden werden halt zu schädig ja das ist schon ganz witzig mal sind ja gut ich war da war zack hier gleich erst mal ordentlicher nur einmal her hier verdammt bäm effa serie mom pioniere deine mom da schiebt ab hier stinkende missgeburten wir behaupten hier alle schicken jetzt sind ja auch das sind die flugflücher mitten reingedrückt ja ja und ich bin tot alle egal kann ich eben sind alle weg einmal die komplette reihe manchmal habe ich fast mitleid bei den orks wer kann ich nicht bauen leider gerade habe jetzt erst mal neue sauberfeil gesetzt naja was heißt falls wenn es gut geht in der mitte können sie jetzt auch durch sehr schön sehr schön fickte pioniere die habe ich schon im ersten teil gehasst war fix das sind verdammte flugflücher schon wieder hier wie heißen sie gallen mit der maul boom das ist schön wenn sie so in der reihe kommen rana ich lebe für oft ach so geht es gar nicht eigentlich sogar ganz einfach und es hat bumm gemacht sehr schön ich mache hier mal dicht sehr schön ja mehr geld habe ich auch nicht und sind auf beiden seiten oder so fallen also das muss eigentlich reichen sehr gut ähm sonst kannst du noch ein bisschen äh 2 verkaufen oder so oder die hier bei den barrikaden und hier noch welche setzen praktisch wo ich gerade bin an die wand dass die praktisch davor schon so passiert noch ein unglück weil so sollten wir an sich auch noch klarkommen und haben dann halt hier noch zusätzlichen den schutz dass wenn solche pissenelten kommen sie gleich abgeknallt werden praktisch so los zack 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 ich muss noch mal was trinken so nebenbei ah bau 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 auch na willst du wohl will Bebreit ihr doch mach auch man ich wieder so solid wieder sowas wer an Mäuse. So. Oh, fuck. Ah, das ist... Ah, das ist... Ja, okay, das geht ja noch. Verstappen, die Herren stacheln, verletzliche Zichen. Köpfe werden rollen. Köpfe werden rollen. Bah, bah. Ja. Gut, das wird diesmal wahrscheinlich auch nicht perfekt. Vorletzte Welle ist es jetzt gerade. Ich, 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 äh, es würde mich nicht wundern, wenn gleich nochmal Pioniere kommen, um dann in der letzten Welle nochmal richtig, äh, auf die Kacke zu hauen. Weißt du, wir werden jetzt die Barrikaden zerstört und dann... Kommen die nach... Oh, schon wieder diese stinkenden Missgestalten. ...komm, kombo, kombo. Alter, das gibt's nicht. Wo sind die denn jetzt schon wieder? So, das übernimmt eben kurz. Wir durften die Fallen hier übernehmen. Erstmal die Blutviecher neben ihnen. Bevor die einer auf den Sack gehen hier. Ein, zwei, fünf... Miss, schon wieder verzählt. Miss, schon wieder verzählt. Oh, der, der Mitte ist weg. So, wir fahren und kann ich sonst nirgends wo welche mehr bürzen. Joa, macht nix. Ich bewahre noch ein bisschen Kohle mir auf für den Notfall, dass jetzt mittendrin irgendwie Pioniere kommen und unsere Barrikaden wegpicken. Dass ich die dann wieder aufbauen kann. Oder einen Großteil zumindest. Aber es läuft ja ganz gut so bisher, ne? Oh, Mann, schiebt ab. Oh, Mann, schiebt ab. Oh, Mann, schiebt ab. Das war mal der Kumpel. 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 So. Oh, das packt die Beine. Oh, Mann. Schiebt ab. Stinker, ey. Ich hasse, dass er die Waffe mal nachladen muss. Die wäre ansonsten richtig geil. Aber die feuert so elendlich langsam. Er ist voll kacke. Der kacke meint, das hier ist kacke. Oh, ja. Achso. Der war hinter mir. Nice one. Jawohl. Wie die so gar nichts hier gebracht haben. Endlos Level freigeschaltet. Nee, wollen wir nicht. Oh, den Verdrescher. Der sieht doch gut aus. Ich glaube, den werde ich gleich auch mal benutzen. Ich bin aber noch mal kurz im Zauberbuch. Noch mal fallen hier. Kurz checken. Verdrescher. Was haben wir denn hier? Mehr Schaden. Schleudert Gegner auch noch weg. Und betäubt manchmal große Einheiten, die sie nicht wegschleudern können. Ach, eigentlich bräuchte ich hier auch Flammenarm-Schienen. Yay. Die will ich haben. Die sind voll geil. Zumindest waren sie es im ersten. Ich gucke trotzdem noch mal Teleportationsring. Auch nicht schlecht. Erhöht die Spaltpunktanzahl. Und betäubt Gegner. Auch nicht schlecht. Ich gucke trotzdem hier noch einmal bei Fallen. Pfeilwand. Pfeilwand hatte ich jetzt eben kaum verwendet, ne? Ähm. Drei kostet das. Nein, da wollte ich nicht hin. Wie teuer sind denn hier die Fach... Äh, sechs. Und drei macht neun. Uh, 13 kostet die dritte Stufe. Alter Schwede, das ist aber teuer. Barrikaden kosten auch 13 die dritte Stufe. Dann kosten die nur gleich 600. Müssen wir auch 13. Ja. So, jetzt bin ich gerade am überlegen. Ich glaube, so Gegner wegschleudern wäre schon ganz cool, ne? Mache ich das doch mal. So. Nochmal ganz kurz gucken. Verdrescher hatte ich. Genau. Und Pfeilwand und... Barrikaden muss ich noch machen. Stachelfalle hatte ich schon. Ja. Auf höchster Stufe. Alles klar. Ja. Das war Versteckte Schlucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.